Ja, weil dein Fahrzeug so flach ist. Ja, aber, Digga, ich hab keinen Boost mehr. Digga. Yeah! Und ganz knapp an der Bombe vorbei, Digga, ich dachte, tschau. Und hallo, ihr Röhrenkönige da draußen zu einer Schilder in Folge auf dem Mega-Game-Server mit dem lieben Fabio und wunderbaren neuen Game-Modes. Wir haben richtig Bock und wir starten mit Bomb-Tag und man kann nicht den Krieger nehmen. Scheiße, ich wollte den eigentlich nehmen. Scheiße, was nehme ich jetzt ins Fahrzeug? Oh, ich fahr wieder mit dem ganz soliden Zyklon, ne? Ja, Bomb-Tag, wir haben wieder Game-Modes, wieder Platz frei, deswegen sind wir jetzt wieder hier. Ich muss jetzt den Tyrant nehmen. Tyrant alles? Weiß ich gar nicht, war das der Geile, oder? Ich schaff's nicht mehr, jetzt einen anderen zu nehmen. Gut. Okay, es geht schon los. Du musst halt anfangs echt aufpassen, seine Karte nicht zu schrotten, Digga. Ja! Hier kommt einer rund unten hingefahren und der hat direkt die Bombe. Ja, ja, der ist schon wieder einer. Da ist die Bombe. Hast du mal deine Uppel betätigt? Ja, ich hab so eine Symphonie, Alter. Ja. Ich hab so eine... Ja. Oh, belastend, hab ich direkt mal... Der Typ, der die Bombe hatte, hat sie mir genau da gegeben, als ich sie noch hatte und dann hab ich meine abgegeben. Geiler Typ, Mann. Digga. Nicht mein Fahrzeug schon, bitte. Hey, lass mal! Hehehe. Na, wo sind die Bombe? Der wär so scheiße. Naja. Ey, ich steh hier unten mein Leben. Weil jetzt passiert doch einfach nix. Oh Gott, die sind da unten. Ich krieg halt auch nie die Bombe, ne? Ja, ich krieg's ja auch nicht, Digga. Ich hab auch nie da reingefahren oder so. Ja, Digga, das ist irgendwie richtig dämlich. Ich will halt eigentlich ungern hier unten rumstehen, aber... Ich auch, aber das ist halt taktisch total klug, wenn du das machst. Ja, die sehen halt den Punkt hier, aber die sehen halt nicht, dass hier unten jemand steht. Also, weil man den Punkt ja nicht... Nee, die fahren halt alle oben lang und dann versuchen die natürlich einen da zu kriegen. Jetzt muss ja aber hier mal einer. Die kriegen auch nichts, ne? Ich kalt hier absolut nicht die Bombe, ne? Das ist so geil. Digga, ich bleib jetzt ja immer stehen. Ich warte jetzt hier auch, bis hier einer reinkommt. Oh Gott, naja, wenn die drei Sekunden vorher reinkommen, ist das natürlich Ripp, ne? Oh, jetzt, der Pinke? Nee, hier kommt echt keiner runter. Das ist so sad. Ja, die fahren oben hin, ja. Noll, Digga. Komm, jetzt kriegt bestimmt einer von uns. Jaaa! Ohohoho! Ah! Oh Gott. Digga, wie schnell ist dein Fahrzeug, Alter? Ja! Ciao. Digga, warum rammst du mich? Du hast da auch die Bombe. Du Affe. Oh Gott. Oh, nee. Nee. Ja, Digga, was macht ihr denn? Hä? Hä? Hä, lol? Du warst... Ich bin... Du warst überhaupt nicht in meiner Nähe! Nee? Nee! Ich war ganz woanders! Was ist das? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Oh nee, da kommt einer... Ich bin aber auch so komisch weggebackt worden von diesem einen Typen. Der hat mich die ganze Zeit irgendwie weggezogen. Und auf einmal habe ich die Bombe gehabt, hä? Und auf einmal habe ich die Bombe gehabt. War überhaupt gar keinen Sinn? Boah, Digga, der Typ, der fährt die ganze Zeit gegen mich, Alter. Du bist ja schon im Finale. Hä? Komm her, Meister. Du brauchst noch 8 Sekunden. Ja, vorbei. Oh, dumm... Dumm gefahren. Nee, Digga, der Typ, der hilft aber auch absolut nicht mit hier, Mann! Hahaha! Hahaha! Das war geil! So! Nice! Richtig rausgedrückt, Alter! Okay, ja, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber du hast mich gekillt! Das schreibt super! Ey, ich chill jetzt erstmal wieder unten meine Eier, Alter! Aber wie sah es denn bei dir aus? Hä, bei mir standst du da einfach. Aber ich wollte eigentlich den anderen Typen treffen, aber in dem... Ja, perfekt, Digga! Hast du dich vor mich gebungt? Dieser eine Typ, äh, hat mich einfach komplett über die Map geschoben und auf einmal hab ich die Bombe gehabt. Ja, perfekt, Alter, danke! Ja, ja, wie gesagt, also bei mir... Danke für gar nix, Game! Ich wollte ihn treffen, aber du hast dich dann vor ihn gebungt und dann hab ich dich gerammt. Ja, geil. Ich hab mal nie versucht, dich nicht zu rammen, aber... Ja, ja, wie gesagt, das war halt in dem Moment so laggy... Das sah auch sehr glitchy aus, wie der Typ mich weggeschoben hat. Ich hab mir schon gedacht, dass das nicht gut ausgeht. Digga, ich hab ihn doch gerammt, Digga. Egal, still, hier unten, und hier kommt wieder nichts. Das blöde ist halt, wenn du hier alleine bist und dann die Bombe kriegst, das ist dann kacke, weil da musst du erstmal rausfahren, du musst erstmal ihn suchen, wenn natürlich ungemetzelt bist... Du bist da eiskalt wieder unten. Ja, komm her, komm her, komm her, mein Kleiner. Komm, ich krieg schon wieder nicht die Bombe, der Typ da hinten auch nicht. Na, jetzt vielleicht? Oh, oh. Lol. Ja, die sollten sich mal betteln, da. Digga, als ob die das nicht checken, Alter. Digga, das kann... Aber erstmal ohne Scheiße, ich will das ja eigentlich nicht, oh Gott. Ja, geh auf jeden! Ja, klar, Digga! Ich bin auch raus. Jawoll. Er kann mich nicht... Das ist niemals, Digga. Danke, Spiel, dass du uns gezeigt hast, dass es keinen Sinn macht, da unten zu stehen. Dankeschön. Man soll das einfach sein lassen. Aber es war trotzdem witzig. Aber Hauptsache der Typ weißt ja herabend mich und ich flieg schon wieder so, also... Es macht doch gar keinen Sinn, Digga. Es macht doch gar keinen Sinn. Ich weiß nicht, also die Map mit Supersportwagen... Finde ich schwierig. Ja, ich find's geil. Ja, ich find's geil. Ja, das ist mir alles... Das bringt noch nichts zu stehen, Alter. Also Sportwagen wäre okay, aber Supersport... Das ist irgendwie so ein bisschen kacke. Leute, der Typ steht da unten und will explodieren oder was? Ja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Kukata ist AFK. Bleib bei ihm. Okay, sind wir schon im... Ne, ist noch Semifinale. Das ist Semifinale, ja. Nur noch vier Leute, das heißt, danach gibt's einen Sieger. Loll, er ist auch gegen ihn gefahren. Oh, Alter. Das heißt, einer kriegt die Bombe oder was? Aber ich seh grad, der Champion scheint auch nicht scheiße zu sein. Der ist ziemlich stabil. Der hat auch die Zykklone. Der hat auch die Zykklone. Ja, okay, da drin ist ja richtig grip. Oh Gott. Oh, Alter, der hat aber auch ein riesen Pech. Ja, okay, geil. Kann ich da... Kann ich da... Kann man jetzt nicht wirklich spektaten da? Doch, Tigger, ich bin da. Kannst du reinfliegen hier? Ja, na gut. Easy win für Apollo. Ja, lol. Tja. Boah, Leute, Mann. Ja, diesmal leider nicht gewonnen. Gestern war ja meine erste Runde gleich ein Sieg. Heute leider nicht. Ich habe nur zwei Bomben-Transfers in zwei Runden gemacht. Das habe ich gar nicht jetzt gerade gesehen. Aber ich habe ein paar Mal gehabt. Ja, drei... Ja, drei Transfers. Wow. Nee, warte mal. Dann zählt das nur für die eine Runde, oder? Oh, Gate-Tash. Komm. Und weiter geht's mit dem zweiten Modus. Ähm, Gate-Tash spielen wir. Ich nehme nicht die U-Pack. So, ich komme mit der nicht klar. Ich nehme... Ich weiß nicht, ob ich den Scrum Jet nehme. Ja, weiß nicht. Der Oppressor ist halt für RAM auch nicht so geil. Aber die anderen Autos sind mir auch scheiße eigentlich. Also... Ich glaube, ich nehme den Scrum Jet. Der ist von denen, die hier sind, ist der, den ich am besten steuern kann. Bin eh lieber der Passivspieler. Mit der Oppressor kann ich fliegen, dementsprechend. Naja, man kann sich halt dadurch ein bisschen safen, ne? Wenn du das hinkriegst da, zu fliegen. Ja, ich habe sie einmal hingekriegt, aber man kann auch leider... Aber... Scheiß nicht. Ich hatte die einmal. Ich bin mit den Physiks ja überhaupt nicht klargekommen. Ja, okay. Das habe ich schon mal lange nicht mehr gehabt. Finde ich eigentlich ganz... Ganz angenehm. Ja, ich finde es auch cool. Ich muss sagen. Also es läuft gut. Das ist ja zwei ziemlich coole Moden. Modiert, alles klar. Okay. Sofa springen. Okay. Also es ist auch Teams. Das heißt, man muss sowieso... Ja, Digga. Ich werde wieder direkt weg geraten. Ach, Digga. Ja, ich bin raus, Digga. Dass er auch noch den Klee kriegt, ist so lächerlich, Mann. Ja, ist nicht mal in der ersten Runde schon raus, Digga. Ja, weil er... Na ja, ist ja bevor das Gate geöffnet wurde, ist er schon gegen mich gefahren. Na ja, klar. Ist Last Man Standing, dementsprechend. Muss man halt aufpassen. Was für Last Man Standing? Es ist Teams. Ja, aber trotzdem. Es ist Last Man Standing. Ja, aber trotzdem. Es ist Last Man Standing. Ja. Ja, du musst halt wirklich auch Arschloch werden und einfach auf Agro spielen. Werde ich dann in der zweiten Runde auch tun. Wie viel gibt's hier? 2. Na gut, ne? Dann werde ich in der zweiten Runde auch auf Agro spielen und eben einfach auch Leute nur wegrahmen. Weil dieses passive bringt halt nichts mehr, weil die Leute ständig gegen dich fahren. Ja. Übersprung, mein Lieber. Ja? Kleiner Wichser. So, wie viele sind denn in meinem Team noch übrig? Zwei. Ist ja angenehm. Ja, zwei, zwei. Blau ist ziemlich fett vertreten. Vielleicht kriegst du einen aus dem Blau-Team raus. Nee. Scheiße. Ah, jetzt gehen die Runden schneller. Ich muss eigentlich wieder... Ja, zwei, zwei. Ja. Ja. Boah, genau da am Ende, das ist schon kacke. Ja, das ist okay. Ja, aber mit dem Booster geht das ja eigentlich. Ja, ja. Guck mal hier. Du bist immer noch der zweite, der drin ist, also... Was ist denn mit dem Blauen? Oh, jetzt ist ein Blauer raus. Sehr gut. Okay, der Team, der nicht rauskackt hat, das hat auch verkackt, deswegen ist es schon mal schön. Na, Blau? Kannst du dir nicht wegstoßen, wenn du den Booster aktivierst? Ja, aber... Ja! Hä? Das war bei mir richtig verpackt geworden bei dir. Ja, der Typ hat vor mir seinen Booster gezündet und hat mich erstmal wieder rauskatapultiert. Alter, das wäre aber ein Move gewesen, sag ich dir auch ehrlich, Alter. Der neben dir qualmt. Ja. Der wird nicht mehr lange... Ja, Problem ist, ich muss jetzt einfach hier in der Mitte sein, sonst schaffe ich es nicht mehr. Ich denke, geh mal aus dem Weg, wenn es jetzt rechts ist. Wow, Alter! Was hat der gemacht? Hä? Ich hab ihn... Ich hab ihn doch gar nicht berührt, Digga. Krieg ich da den Kill, Alter? Das war lachhaft. Ich hab ihn doch überhaupt nicht berührt. So, jetzt muss man eigentlich fast schon schätzen, also weil... Ich bin mal gespannt, wie lang dieser Nazco noch überlebt, weil der hat eben... Der hat schon qualmlich... Digga, sein Motorrad ist so am Arsch. Jetzt ist er explodiert. Jawoll. Aber der Grüne, der Grüne kommt hinterher. Oh, nur noch ihr beide. Die letzten. Jetzt kommt's. Ja, also der, der als erstes drin ist, so... Auf Glück an, auf können. Aber eigentlich mehr auf Glück, ne? Muss halt hoffen, dass... Ja, rechts-links. Ich... Ich setz jetzt auf rechts-links halt. Rechts-links wär gut. Komm schon. Jetzt hinter dir, das wär richtig scheiße. Oh, rechts! Jawoll. Das wird sehr krass. Wir schaffen's beide. Wir schaffen's beide rein. Scheiße. Durch diesen... Durch diesen Booster, ne? Boah, ich bin so nervös! Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Kein Stress. Wenn du's schaffst, ist geil. Wenn nicht, ist auch okay. Ich mein, Raum D8. Also, du musst erst mal so lange überleben. Ja, ist halt ein Problem. Ich weiß jetzt nicht, wohin. Ja, okay, Digga. Ja, Digga! Das ist verkackt. Keine Chance. Ja, scheiße, Digga. Ja, Digga, es kommt auf der anderen Seite, Digga. So ein Witz. Das ist Pech. Das ist wirklich Pech. Hätte ich gern mitgenommen, aber... Ja, okay. Wieso hab ich den Kill? Ja, zweite Runde. Oh, noch mal unser Glück. Ich verpiss mich erst mal. Ja, nee, nee. Hier werd ich jetzt erst mal ein bisschen... Ja, genau, ich fahr dir mal hinterher. Da hab ich keine Lust drauf, dass mich wieder irgendwelche Leute hier weg haben. Ja, ich bleib jetzt erst mal hier stehen. Die erste Runde ist auch noch so viel Zeit. Ja. Am besten kommt jetzt hier noch links. Ne, natürlich nicht. Scheiße. Egal, oh Gott. Yo, Alter, was... Was machst du denn da? Bin geflogen, weil ich keinen Bock hab, dass die Leute mich wieder wegrammen. Ja, ich hab erst Runde überstanden. So, ich verpiss mich wieder direkt. Bis Runde 3 kann man's noch machen, dann wird die Zeit aber zu eng hier außen zu fahren. Träger, die zerstören sich ja alle einfach nur gegenseitig. War's schon wieder hier? Ey, dick was? Ich bin explodiert. Okay. Ich bin einfach explodiert. Bist du wohingefahren, oder? Da ist einer mit einer Oppressor gegen mich geflogen. Und ich bin explodiert. Ey, ich versteh hier gar nichts mehr auf dem Server, was ist das denn? Ey, dieser Modus... Mann, dieser Modus ist eigentlich so geil. Aber... Ja, schon wieder da, oder wie? Zum dritten Mal? Wieder so früh raus, ey. Eine Runde überstanden und dann gleich wieder raus. Könnte mich nicht sein. Ja, belassend. Gott. Oh ja, wer fait doch nicht. Bruder. My life is true! Ja, Bruder! Scheiße. Uier! Robite2 estimers! Und du bist ja... Wenn da jetzt einer gegen dich gefahren wäre. Ja, dann wäre ich tot gewesen, ja. Dann hätt's um sich geschehen sein können. War nicht die Optimum-Situation, sag ich ganz ehrlich. Na, Pro Ninja? Er will dich. Ja, Digga, der andere, Bobo. Ja, ich fahr nicht mehr. Ne, Bob for you. Oh, jawoll. Guck dir ein und nicht schlecht eben. Lol. Das ist, ey, warum bauen sich die Teams denn immer so gleichmäßig ab, Digga? Das ist doch echt nicht mehr normal. Das ist natürlich kacke. Ja, das ist immer belastend. KTM, Gogo. Oh, nur noch ihr drei. Krass. Okay, und wir haben zwei von unserem Team. Ist ja ganz gut aus. Jetzt muss der Sieg kommen. Ich war der Schnellste. Krieg ich dafür auch einen Preis? Ja, Digga, der Rot ist schon wieder vorne. Ach du Scheiße. Ich war echt der Schnellste von allen. Ich hab einmal 253 gehabt. Ey. Nein. Ich war drin als... Es ist lachhaft. Es ist lächerlich, Digga. Vergraben. Vergraben. Es ist lachhaft. Junge, Top Speed 250. Ich hab nur 240. Sumo, Junge. Das ist mein Modus. Das ist der nächste Modus, Freunde. Jetzt wird hier rasiert. Naja, mal gucken. Naja, mal gucken. Ich werd nicht so rangehen an die Sache. Ich krieg so ne Falsgarantza anfangen. Ja, Digga, ich darf mit dem Sabre Turbo starten. Drei Rounders. Geil. Und jetzt wenigstens als Team. Bitte nicht überschätzen und hier in der ersten Kurve wieder rausfahren. So wie letztes Mal. Ich hab fast verkackt. Dieses Fahrzeug heißt ja mal sowas drin. Komm. Gib mir Gute. Achso, das sind ja hier so ne Teleporter, oder? Ja. Jo, Alter. Junge, was hat er denn für'n Rückstoß? Ja. Jawohl, da hab ich einen raushauen. Policetransporter. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Oh mein Gott, da hat irgendjemand so'n Trabi, Digga. Ja, Digga. Oh, ich glaub der ist ganz gut. Jo, hier fliegen ja überall auch diese Bomben rum, ne? Ja, deswegen fahr' ich da meistens nicht lang. Wir sind dein Team, wir sind dein Team. Genau, hast du gut erkannt. Alter. Nee. Nee. Ich verstehe es nicht. Ja. Ich verstehe es einfach nicht. Ich glaub, ich fahr' den erstmal. Weißt du, wenn ich ein schweres Fahrzeug habe, dann kann mich selbst ein Motorrad rausrammen. Ich krieg' so einen Rückstoß. Und wenn andere ein schweres haben... Keine Chance. Keine Chance. Du fährst gegen und fliegst nach Skandinavien einfach. Bist weg. Lol, diese Reparaturschlüssel setzen deinen Schaden zurück? Ja. Sag's doch gleich, Digga. Boah, Junge, Alter, was halt... Jaaaa! Guck dir an uns erst für einen Rückstoß. Ja, aber ich bin auch mit... Oh Gott, die Bombe. Okay, fliegt... Fährt weg. Diese Pickups sind... Alter, es ist ja noch einer von jedem Team übrig. Du bist der Einzige in unserem Team. Boah, die Fight Team. Ja, der Gelbe ist auch weg. Boah, Alter. Ja, okay, Abstopp. Ja. Ja, weil dein Fahrzeug so flach ist. Ja, aber, Digga, ich hab keinen Boost mehr. Digga. Jaaaa! Jaaaa! Shit! Da holt du ihn! Und ganz knapp war der Bombe vorbei, Digga. Ich dachte, tschau. Jaaaa, vier Kills. So sieht's nämlich aus. Junge, was war das für eine Runde bei dir? Ja, Digga. Und die ganze Zeit mit dem Auto, Digga. Mit dem Turismo Classic. Voll geile Karre. Ohne Scheiß. Aber, Digga, ich hab... Irgendwann war der Boost weg und dann... Man bekommt den nicht wieder. Also, wenn der weg ist, ist es weg. Okay, Police Road Cruiser. Ich brauch auf alle Fälle einen anderen. Ich brauch einen anderen. Ja. Junge, ich hab so'n Fiat 500 bekommen. Alter, ist der Scheiße. Gibt's nur da ein neues? Ich weiß es nicht. Ja, ich brauch einen anderen. Ja, Digga. Tschüss. Nowak, okay. Ja, okay. Habe ich nicht aufgepasst. Muss ich fairerweise sagen. Dachte ich nicht, dass da schon jemand ist. Ähm... Jo. Ohja, gut. Ja, toll. Jetzt ist der Typ raus, Digga. Danke dir. Fürs Rächen. Gerne. Ah, hab ich nicht nach hinten geguckt. Mal gucken. Wir sind ein Team. Wenn du mit der Formula hier gegen mich fährst, bin ich weg. Mal gucken, ob ich hier ein oder zwei Leute noch holen kann. Oh, Digga. Es leckt immer, wenn irgendeiner explodiert. Ich schwöre... Ich hab's schon kommen sehen. Ich habe so früh gebremst. Er hat nicht gebremst. Ich schwöre. Das ist keine Ausrede. Weil ich gewusst... Ich hab von vorderein schon gesehen, dass es nicht so wird mit dein Kurs. Ich hab's auch gewusst, dass er's macht. Und deswegen hab ich gebremst. Aber er hat nicht gebremst. Ich schwöre. Wirklich. Ohne Scheiß. Geil. Ja, ich hatte wunderbar auch nix. Das machen viele. Der Trick ist ja nicht mehr neu. Das machen ja viele, aber... Digga, ich hab nur 35 Sekunden gelebt, Digga. Jetzt, äh, weiß ich nicht. Pedo-Stern mich hier rausgehauen. Ja, das... Das war Badluck. Dass hier diese Karte so scheiß Bremsen hat. Apollo macht hier so n Highspeed-Ding. Fährt im ein und her. Yo, Digga. Er zündet noch den Turbo, oder was? Was waren wir für ein Team? Blau, ne? Das heißt, einer lebt noch bei uns. Apollo... Hä, hauen die sich jetzt gegenseitig raus? Sind die dumm? Ja, Apollo fährt nur im Kreis. Und jetzt... Oh, lol, Digga. Der Typ lässt sich von der Bombe einfach weg. Scheißen. Okay, eins gegen eins. Wir können's holen. Komm, du schaffst es. Hä, Digga. Der Typ mit dem Stern ist eigentlich so schlecht, dass er den Kill bekommen hat. Ist so lächerlich. Ja, Digga. Als ob, Digga. Hab ich zwar gerade eine Ausfahrung, Digga. Nehme ich, Alter. Nehme ich... Zwei Siege. Was soll ich sagen? Team Blau regelt. Eine Runde gibt's noch. Ich muss jetzt, ey, jetzt noch ein bisschen... Jetzt mal ein bisschen tryharden, ne? Bisschen rasieren jetzt hier. Es kann nicht sein, dass das so gar nicht läuft. Ja. Ja, schon belastend. Ja, schon belastend. Digga, ich starte jetzt um so ein Digga. Ich wusste, dass das passiert, aber ich konnte es nicht verhindern, weil dieses Fahrzeug einfach nicht gebremst hat. Das gibt mir aber auf Anfang bitte auch ein wenig Verzeig. Mann, ich krieg doch hier wieder nur Müll. Egal, ich muss jetzt erstmal ein bisschen fahren, weil sonst... Ich weiß es nicht, ob der gut ist. Ich weiß es nicht. Oh Gott, warum sind hier so viele? Oh nein, der hat einen Ecos. Boah, Digga. Hab dich fast weggerassen. Was macht unser Mate? Jawoll! Jawoll! Junge! Unser Mate, der haut mich hier noch aus. Okay, ich brauche einen anderen. Jaaaa... Nee, lol, der Mate. Lol. Ja. Oh. Nein. Das ist doch nicht mehr normal. Digga, der Typ will mich holen. Digga, jetzt hole ich dich, Alter. Ja, wenn ich mithalten könnte. Ich bin nichts, Mate. Ja, ich hole mir nochmal eine andere. Oh. Guck dir den an. Junge, von uns leben noch vier. Ich hätte auch noch gedreht. Der hätte unser flooding aid mich nicht rausgehauen können. Die Probleme... Die war direkt neben mir und hat seine Richtung geändert auf einmal. Jooh... Was passiert denn hier? Es leben gar nicht mehr viele, Digga, da ist der gelbe. Nur noch der rote, hau ihn weg. Ja, der hat gar keine Power. Siehst du das, der Porsche, Digga? Ah, die Bombe! Er hat verkackt. Ja! Ah, ich hab ihn so abgelegt, Digga. Oh, Digga, drei Runden, drei Siege, was los? Unser Team hat es doch drauf, Digga. Ich kann mich schon wieder so über unser Team aufregen. Aber das ist auch schon wieder so eine fette Karre. Überhaupt keine Chance gegen so eine kleine, weißt du. Aber drei Siege kann man machen, Freunde. Für die Folge soll es gewesen sein. Nächste Folge geht es dann hoffentlich weiter mit ColorDash. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. N governments, g extremely основan. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, dankenach. Untertitelung. BR 2018